Hallo, ich freue mich, dass Sie auf meinem Kanal Arzneizeit vorbeischauen. Mein Name ist Maren Torkler und mein Ziel ist es, dass jeder das Wichtigste zu seinem Medikament weiß. Heute geht es um den Blutdrucksenker Kanesatan. Wir befinden uns hier im Bereich Intensiv, das bedeutet, ich gehe ganz genau auf alle Aspekte zu Ihrem Kanesatan ein. Wenn Ihnen das ein wenig zu viel ist, dann schauen Sie sich doch gerne das Video Kanesatan Basic an. Das finden Sie hier unten in der Infobox verlinkt. Und ansonsten erwartet Sie hier, weshalb Sie auf Kaliumpräparate, wenn möglich, verzichten sollten. Oder aber auch, was das Kanesatan eventuell mit einer Niereninsuffizienz zu tun haben könnte. Und bei dem Video wünsche ich Ihnen nun viel Spaß. Ihr Kanesatan, das findet unter anderem Anwendung bei der Behandlung des Bluthochdrucks. Auch bei Herzinsuffizienz wird es angewandt mit einer verringerten Auswurfleistung. Das bedeutet, dass Ihr Herz nicht so viel Blut auswirft, als es von der Größe eigentlich schaffen könnte. Bei der Indikation Herzinsuffizienz wird in der Regel erstmal ein ACE-Hemmer Anwendung finden, wie zum Beispiel das Ramipril. Wenn das aber nicht vertragen wird oder es zum Beispiel auch zu Husten unter dem ACE-Hemmer kommt, dann wird bei Herzinsuffizienz dann die Substanzklasse der Satane angewandt. In der Regel wird das Kanesatan einmal täglich angewandt. Dabei ist es egal, ob Sie etwas gegessen haben oder nüchtern sind, weil die Aufnahme des Kanesatans nicht von der Nahrung abhängig ist. Der blutdrucksenkende Effekt, der tritt so etwa nach zwei Stunden ein. Und wenn Sie nun neu mit dem Kanesatan beginnen, dann dauert es in der Regel etwa so vier Wochen, bis der maximale blutdrucksenkende Effekt durch das Kanesatan erreicht ist. Bei Patienten mit schwarzer Hautfarbe kann es sein, dass das Kanesatan weniger wirksam ist, denn das System, in das das Kanesatan eingreift, das ist bei Personen mit schwarzer Hautfarbe nicht ganz so aktiv. Deshalb sollte da immer darauf geachtet werden, ob da nicht eventuell eine Dosis Erhöhung in Betracht kommt, da es manchmal bei diesen normalen Dosen nicht zu der gewünschten blutdrucksenkenden Wirkung kommt. Bei leichter bis mäßiger Niereninsuffizienz und auch bei leichter bis mäßiger Leberinsuffizienz, da kann das Kanesatan angewandt werden. Da beginnt man nicht mit den ansonsten so üblichen etwa 8 Milligramm, sondern da beginnt man erstmal mit 4 Milligramm. Man sollte dann besonders im Anfang die Nierenwerte und die Taliumwerte gut unter Kontrolle haben bei diesen Patientengruppen. Zu einer starken Niereninsuffizienz liegen bis jetzt nur begrenzte Daten vor. Das bedeutet, wenn es da Anwendung findet, sollte man das Ganze immer sehr streng überwachen. Und bei starker Leberinsuffizienz ist die Einnahme vom Kandesatan kontraindiziert. Wenn das Kandesatan bei einer Herzinsuffizienz angewandt wird, sollte man auch hier, wenn möglich, erstmal mit den 4 Milligramm beginnen, also wirklich recht niedrig dosiert. Auch hier sollten die Nierenwerte und auch die Kaliumwerte immer gut kontrolliert werden, weil es sein kann, dass unter einer Herzinsuffizienz die Nebenwirkungen von erhöhten Kaliumwerten und auch einer Verschlechterung der Niere eventuell eher zum Tragen kommt. Aber darauf werde ich später in den Nebenwirkungen eingehen. Bei dem Wirkstoff Kandesatan sind so drei Vorteile gegenüber manchen anderen Blutdrucksenkern zu nennen. Als erstes kommt es nicht reflektorisch zu einem Schnellschlagen des Herzens, wenn der Blutdruck gesenkt wird. Das kann bei manchen anderen Präparaten der Fall sein. Und nach Ansätzen muss man auch nicht damit rechnen, dass der Blutdruck viel zu stark anfangs abfällt. Und wenn das Kandesatan abgesetzt wird, dann gibt es in der Regel keinen Rebound, wie bei manch anderen Blutdrucksenkern. Das bedeutet einfach, dass bei anderen Blutdrucksenkern, wenn sie die abrupt absetzen, dann kann es dazu kommen, dass der Blutdruck danach extrem in die Höhe schießt, also höher als er normal ohne Medikamente wäre. Beim Kandesatan ist das dann nicht der Fall. Für die, die es interessiert, gehe ich jetzt kurz auf die Wirkung des Kandesatan. Kandesatans im Körper ein. Wenn das den einen oder anderen nicht interessiert, dann klicken Sie doch gleich weiter zum Thema Nebenwirkung. Sie sehen in meinem Video eine Kapitelunterteilung, sodass Sie die Möglichkeit haben, gleich in den nächsten Bereich zu springen. Das Kandesatan, das gehört ja wie gesagt zu den sogenannten Satanen. Es gibt auch die Begriffe AT2-Antagonisten oder AT1-Rezeptor-Antagonisten. In Ihrem Körper gibt es ein System, was dafür zuständig ist, dass der Blutdruck immer gut reguliert wird. Das wird durch Gefäßwiderstandsänderungen gemacht und auch durch die Veränderung der Elektrolyte im Blut. Und zwar nennt sich das das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System. Dieses System hat das Ziel, Aldosteron auszuschütten. Aldosteron wird umgangssprachlich als Salzhormon bezeichnet. Das Kandesatan, das greift in diesen Regelkreislauf ein. Normalerweise ist es so, dass bei diesem Renin-Angiotensin-Aldosteron-System als erstes das Renin gebildet wird. Und das Renin, das führt dann dazu, dass Angiotensin sozusagen gebildet wird. Und beim Angiotensin gibt es zwei Unterformen. Beim Kandesatan achten wir jetzt nur auf die Unterform Angiotensin-2. Und damit das wirken kann, muss das an einen Rezeptor einfach so dran docken. Und dieser Rezeptor, der nennt sich dann wiederum AT1-Rezeptor. Und das Kandesatan, das legt sich jetzt vor diesen AT1-Rezeptor und verhindert dann, dass dieses Angiotensin-2, was auch abgekürzt AT2 heißt, nicht dort dran kommen kann. Das führt dann dazu, normalerweise, wenn das dort andockt, wird danach Aldosteron ausgeschüttet. Und Aldosteron führt dazu, dass der Gefäßwiderstand erhöht wird. Das bedeutet, dass die Gefäße in ihrem Körper ein bisschen enger gestellt werden. Und auch, dass Natrium im Körper zurückgehalten wird und Kalium ausgeschüttet wird. Das führt dann auch dazu, dass der Blutdruck ansteigt. Also im Prinzip diese zwei Punkte. Grob kann man sagen, Aldosteron führt dazu, dass der Blutdruck ansteigt. Da wir das ja jetzt in Ihrem Fall nicht möchten, wird halt dieser Regelkreislauf dann blockiert. Das heißt, das Aldosteron, das kann nicht mehr so gut ausgeschüttet werden und dadurch sinkt der Gefäßwiderstand. Das bedeutet, die Blutgefäße, die entspannen sich und das Natrium wird ein wenig mehr aus dem Körper ausgeschieden wieder und das Kalium wird in dem Fall zurückgehalten. Und das hat dann auch zur Folge, dass der Blutdruck dann auch gesenkt wird. An dieser Stelle möchte ich die Nebenwirkungen ansprechen. Ich werde hier nie auf alle Nebenwirkungen eingehen. Ich picke mir immer die raus, von denen ich denke, dass die meisten betroffen sind oder es wirklich am relevantesten ist. Wie ich eben schon erwähnt habe, kann es bei Patienten, die eine Niereninsuffizienz haben oder bei Patienten, die eine Herzinsuffizienz haben, dazu kommen, dass der Kaliumwert ansteigt und die Nierenwerte sich vielleicht ein wenig verschlechtern. Deshalb möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass bei diesen Patientengruppen die Kaliumwerte und die Nierenwerte regelmäßig überprüft werden sollten. Als dritte Nebenwirkung ist bei der Indikation Herzinsuffizienz unter der Kandesataneinnahme noch die Hypotonie zu nennen. Das hat ja was mit der Wirkung des Kandesatans zu tun. Das bedeutet, bei jedem Zehnten bis jedem Hundertsten kann es sein, dass der Blutdruck zu stark gesenkt wird. Vielleicht haben Sie selber ein Blutdruckmessgerät zu Hause und können das selber so überwachen. Ich empfehle da gerne, die Werte immer gut aufzuschreiben, damit Sie beim nächsten Arztbesuch dann wirklich was zeigen können, anhand derer Werte sich der Arzt dann auch in seiner Therapie orientieren kann. Wenn Sie das Kandesataneinnehmen, um einen Bluthochdruck zu behandeln, dann sind die Nebenwirkungen eigentlich recht übersichtlich. Bei den meisten Nebenwirkungen handelt es sich um die Angabe sehr selten. Sehr selten bedeutet, dass es höchstens einen von 10.000 Patienten betrifft. Deshalb möchte ich an dieser Stelle auf diese ganz seltene Nebenwirkungen nicht eingehen. Dann gibt es außer diesen sehr seltenen Nebenwirkungen eigentlich nur drei Nebenwirkungen, die relevant wären. Und die betreffen so etwa ein bis zehn Prozent. Das bedeutet, jeder Zehnte bis jeder Hundertste ist davon betroffen. Da wären als erstes Atemwegsinfektionen zu nennen und Schwindel- und Kopfschmerzen. Die Nebenwirkung Schwindel- und Kopfschmerzen ist eigentlich ganz typisch für Blutdrucksenker, weil diese Nebenwirkungen dann auftreten kann, wenn der Blutdruck gesenkt wird. Manchmal ist das auch erst am Anfang der Therapie so. Seien Sie da einfach ein bisschen sensibel drauf, wenn das Arzneimittel neu angesetzt wird oder in der Wirkstärke erhöht wird. Auch zum Bedienen von Maschinen und zum Autofahren. Da liegen keine Studien vor, die irgendwie belegen, dass man es unter Kandelsatarn nicht sollte. Achten Sie einfach darauf, wie Sie darauf reagieren. Es kann immer dann halt dazu kommen, dass es doch mal zu Schwindel kommt, gerade im Anfang. Wenn Sie es aber gut vertragen, dann steht dem nichts entgegen. Unter der Kandelsatarn-Einnahme kann der Kaliumspiegel stark ansteigen, wenn Sie sogenannte Kaliumsparende Diuretika, also Entwässerungsmittel, nehmen. Ich blende die Ihnen hier mal ein, damit Sie mal einen Überblick haben, welche Entwässerungsmittel auch dazu tendieren, das Kalium im Körper zu behalten. Auch kaliumhaltige Salzersatzmittel, die sollten auch nicht genommen werden. Bei manchen Blutdruckpatienten wird empfohlen, statt des Natriumchlorids, also des normalen Kochsalz, ein Kaliumsalz zum Würzen zu nehmen. Das ist in Ihrem Fall nicht förderlich, weil Ihr Medikament eh dazu bestrebt ist, Kalium im Körper ein bisschen zurückzuhalten. Und wenn Sie dann so ein Ersatzmittel zum Salzen nehmen würden, dann kann es natürlich noch verstärkter dazu kommen, dass dieser Kaliumspiegel ansteigt. Auch andere Nahrungsergänzungsmittel, in denen Kalium irgendwie vorhanden ist, sollten Sie wirklich meiden. Außer Ihr Arzt hat Ihnen das empfohlen, weil im Blutbild doch irgendwie ein Kaliummangel festgestellt wurde. Also alles, was mit Kalium zu tun hat, sollten Sie aufgrund dieser Nebenwirkung meiden. Die Wechselwirkungen, die ich gerade nenne, die stellen auch nur einen kleinen Auszug dar, obwohl ich mit dem, was ich Ihnen gerade näher bringe, auch schon das meiste abgedeckt haben werde, weil das Kandesatan zum Glück nicht viele Wechselwirkungen eingeht. Patienten, die Lithiumpräparate nehmen, die sollten immer engmaschig kontrolliert werden, weil die gleichzeitige Einnahme von Kandesatan mit Lithium dazu führen kann, dass der Lithiumspiegel im Blut ansteigt. Und der sollte immer streng überwacht werden. Was für viele Patienten wichtig ist, das sogenannte nichtsteroidale Antirheumatika, dazu gehört zum Beispiel das Diclofenac oder das Ibuprofen oder das Naproxem, in diesem Fall auch das ASS, also die Acetylsalicylsäure, aber erst ab einer Menge von drei Gramm pro Tag. Diese Substanzklassen, die können ganz allgemein dazu führen, dass das Kandesatan in der blutdrucksenkenden Wirkung nicht so gut ist. Das ist ganz allgemein, dass diese sogenannten nichtsteroidalen Antirheumatika die Wirkung von Blutdrucksenkern aller Art ein wenig abschwächen können. Das bedeutet für Sie, wenn Sie jetzt längere Zeit auch ein bisschen höher dosiert, zum Beispiel Ibuprofen einnehmen müssen, dass Sie dann auf jeden Fall Ihren Blutdruck überprüfen sollten, weil es da unter der gleichzeitigen Einnahme, wenn die ein bisschen länger stattfindet, zur Blutdruckerhöhung kommen kann. Die liegt zwar nur etwa so bei 5 bis 10 mm Hg, das sind diese Werte, die Sie immer auf Ihrem Blutdruckmessgerät sehen, aber trotzdem gibt es hier und da manchmal doch größere Abweichungen und die sollten Sie damit überprüfen. Es kann unter der gleichzeitigen Dauereinnahme auch zu einer Verschlechterung der Nierenwerte kommen und auch hierbei zu einem Kaliumanstieg. Das heißt, wenn diese Kombination eingenommen wird, sollten diese Werte gut unter Kontrolle sein. Was ich gerade nicht erwähnt habe, ist, dass auch sogenannte Cox-2-Hämmer oder Cox-Hiebe, auch hier blende ich ein paar Beispiele ein, die können auch genauso dazu führen, dass das Kanesatan nicht so gut wirksam ist und die Nierenwerte sich schlimmstensfalls ein wenig verschlechtern könnten und auch das immer im Blick gehalten werden sollte. Wenn Sie nun das Kanesatan einnehmen und zusätzlich einen der Wirkstoffe, die ich gerade besprochen habe, von diesen nicht-steroidalen Antirheumatikern und wenn bei Ihnen jetzt auch dazu kommt, dass Sie noch ein Diuretikum, also ein Entwässerungsmittel einnehmen, dann sollten die Nierenwerte unbedingt überprüft werden. Es gibt eine Wechselwirkung, die durch diese drei Substanzklassen, wenn die parallel eingenommen wird, hervorgerufen werden kann. Ich spreche da wirklich nicht von der einen Ibuprofen-Tablette mal gegen Kopfschmerzen zwischendurch, sondern nur, wenn man eine Erkrankung hat, die wirklich diese Einnahme dieser Schmerzmittelsubstanzen über einen längeren Zeitraum und womöglich höher erforderlich macht. Diese Nebenwirkung, die nennt sich Triple Whammy, weil es da zu einer akuten Verschlechterung der Nierenwerte kommen kann. Ich habe dazu schon ein Video angefertigt. Schauen Sie da mal rein, weil das eine sehr wichtige Nebenwirkung ist, die manchmal auch nicht so bekannt ist, aber auch manchmal der Grund für akutes Nierenversagen sein könnte. Ich will Sie hiermit nicht verunsichern, sondern einfach nur aufklären, dass Sie selber auch den Blick immer darauf halten, dass sowas regelmäßig dann überprüft wird. Die Einnahme von diesen drei Substanzklassen, die ist möglich und diese Nebenwirkung, dieses Triple Whammys, die tritt, wenn, in der Regel meistens am Anfang auf. Aber mir ist es ein Anliegen, dass Sie darüber Bescheid wissen und da gemeinsam mit dem Arzt immer wieder daran denken, dass das wirklich im Blick bleiben sollte. Was ich noch als letztes ansprechen möchte, ist, dass es sein kann, dass Sie jetzt das Kanesatan verordnet bekommen haben, weil Sie unter dem ACE-Hemmer, also zum Beispiel unter einem Ramipril, einen Husten entwickelt haben. Für Sie ist es wichtig zu wissen, dass beide Substanzklassen, sowohl die ACE-Hemmer als auch die Satane, in diesem gleichen System angreifen, in diesem Renin-Angiotensin-Aldosteron-System, was ich eben erwähnt habe. Die Satane, die greifen aber ein wenig später in diesem System ein, was zur Folge die gleiche Wirkung hat. Da die ACE-Hemmer ein wenig vorher angreifen, wird bei denen auch der Abbau von einem bestimmten Stoff in der Lunge, dem Bradykinin, ein wenig vermindert und dadurch ist bei den ACE-Hemmern dieser Stoff Bradykinin in der Lunge ein wenig mehr vorhanden, wodurch es dann zu einer Verengung der Lunge kommen könnte und zu diesem Husten oder zu diesem Reuspern. Das Kanesatan wiederum, das hat gar keine Auswirkungen auf dieses Bradykinin, was bei den ACE-Hemmern den Husten verursacht, wodurch dann die Nebenwirkung des Hustens bei dem Kanesatan einfach nicht gegeben ist. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit meinem Video zu Kanesatan Ihr Medikament ein wenig näher bringen. Schreiben Sie mir gerne mal in die Kommentare rein, ob Ihnen das zu ausführlich ist oder zu schwer verständlich oder ob das genau richtig für Sie ist oder Sie eventuell noch ein bisschen mehr erfahren möchten. Über diese Rückmeldung würde ich mich sehr freuen und ansonsten, wenn Ihnen das Video gefallen hat, freue ich mich immer über einen Daumen nach oben und freue mich natürlich immer auch sehr darüber, wenn Sie meinen Kanal abonnieren möchten. Und ansonsten hoffe ich, dass Sie einfach gesund bleiben und denken Sie immer daran, dass Glücklichsein doch die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!